Bedienung, 12-Maus-Bier-Bittchen. Ich die Wiesen hasse, bzw. diese Gäste, die nicht genug kriegen. Geht's schon los? Alter! Ja, mit solchen Warnen. Alter, is ... Was bestellst du denn so viel? Du sahst noch nie so gut aus wie heute. Oh, scheiße. So, einmal 180 Euro. Einmal 180 Euro. Alter, Meini, du hast einen neuen Job, glaube ich, nächstes Jahr.